WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das ist halt schon eine Freiheit, die richtig unbezahlbar ist Es gibt viele in meiner Szene, die laufen sich zu Tode Nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf Die verlieren die Motivation, die Lebensfreude Die haben keine Begeisterung für etwas anderes Das Laufen hat mich genau dorthin gebracht, wo ich jetzt bin Ich werde niemals die Fähigkeit haben, mich aufs Meer rauszutrauen Und da draußen auch um mein Leben zu kämpfen Wenn das Wetter schön ist, ist Segeln was Wunderbaures Aber wenn das Wetter umschlägt, dann kommt es schon darauf an Ob du bereit bist zu kämpfen